Das ist der ultimative Härtetest hier oben. Es gibt nichts Vergleichbares, wo das Auto auf so unterschiedliche Weise performen muss. Und klar, es ist eine lange Strecke. Das ist natürlich für ein großes, schweres Auto noch eine größere Herausforderung. Und wenn wir es hier gemeistert haben, dann können wir überall anders auch hingehen und es wird funktionieren. Wir haben dann gute Arbeit geleistet beim neuen Auto. Auch jetzt gerade eben auf der ersten Runde habe ich mich auf Anhieb wohlgefühlt und wieder zu Hause gefühlt. Also das Auto funktioniert hier wirklich sehr gut. Das ganze Fahrwerk wurde zu einem extrem positiven Effekt, gerade aus Performancesicht. Dass das Auto jetzt so ein Gefühl vermittelt, man sitzt rein, fährt los und sagt, ja, total logisch. Idealerweise geht es in einer Runde, weil das Auto wirklich sehr gut fahrbar ist. Das wäre mein Ziel. Es macht alles richtig. Es gibt keine Überraschung oder irgendwie. Es nimmt einem viel Arbeit ab, sag ich mal. Und macht es mir als Fahrer ziemlich einfach. Absolut glücklich. Anfang der Runde und Ende der Runde hat es leicht genießelt. Aber ja, das ist der Nürburgring, so müssen wir es nehmen. Aber ja, das ist der Nürburgring, so müssen wir es nehmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020